Gibt's ne, hab ich ne Challenge? Nein? Äh, ich hab... Warum konnte ich nicht nach oben angreifen? Hm. Wunderschön zerschnitten. Ach, das ist, wenn man stehen bleibt, dann macht er nur so einen langsamen Schlag. Wo bin ich? Ich hab dich gesehen. Ja, dann komm doch. Also, ich glaube, es muss ich nicht gesehen haben. Wo bin ich? Ich weiß nicht. Ja, ja, ja. Ah. Verdammt. Toll. Kannst du nicht sehen? Die Schleiche. Okay. Oh, das ist unfair. Ah, okay. Alter. Alter. Weißt du, wo ich bin? Ja. Ich weiß, wo du bist. Voll unauffällig. Voll unauffällig. Like a ninja. Oh. Oh, warte. Oh. Nein. Schlag doch. Na, verdammt. Oh. Ah, bist du verarschen. Wo bin ich? Da. Ne, wo bin ich? Auf. Nein. Da warst du. Na, wo bin ich? Ja. Elibet. Elibet. Yes. Das ist ein Arschen. Uh. Teleportation ist so gut. Ah, verdammt, ist nicht gut. Das sind deine. Ja. Okay. Na. Was? Ninja see me, Ninja don't. Ah, verdammt. Niko. Niko. Guck. Wo hast du denn noch gleich? Wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Oh, guck mal. Was? Ich glaube zumindest, wie du bist, aber ich kann damit so daneben liegen, dass ich das jetzt einfach... Na, wo war ich? Was? Oh, du Drecksack. Oh, du Drecksack. Oh, endlich. believe. Neeeheheh heh heh. Oh, Gott, das. Das kann es tun. Yes. Wie geht das? Warum nicht? Nein, ich bin nach unten ge- Nee. Ach du Schande. Ja. Zusehen. Fuck. Na und jetzt? Verdammt. Hier kann schon. Verdammt. Nein. Du Sack. Warum ging es jetzt nicht? Nein. Ei, 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 ei. Yes. Fuck. Äh, da. Warum geht das dann? Easy. Alter. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Nein. Nein. Au. Einmal nicht aufgepasst. Au. Einmal. Oh, der war ja voll in die Fresse. Den hatte ich glaube ich noch nicht. Den hatte ich noch nicht. Und wir hatten das noch nicht. Schön. Gibt's einen? Mehr Karten gibt's noch nicht, ne? Nö. Können wir überlegen, ob's da vielleicht einen Workshop für gibt im Steam? Also irgendwie. Äh, da bin ich. Okay. Nein. Ja, ne? Nein. Doch. Ah, okay. Ich hab mich teleportiert. Aber nicht rechtzeitig. Ich kann mich gar nicht mehr teleportieren. Das hatte ich wie ein Gerücht. Ne, ich kann nicht mehr. Ah, ich darf nicht mehr runtergefangen. Wette. Nein. Toll. Oh, da spielt sich was an hier. Toll. Oh, da spielt sich was an hier. Fuck. Yes. Verdammt. Wie? Ah. Ich glaub langsam wird der hier mein Lieblingscharakter. Ah. Nein. Stimmt. Okay, das ist doch peinlich. Ah, danke. Ah, leck mich. Leck mich. Nein. Was? Wo ging denn der lang? Nein. Ah, okay. Leck mich. Nein. Fuck. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So, wo bin ich? Verdammt. Verdammt. Nein. Das gibt's doch nicht. Immer dieses kleine bisschen. Oh. Okay, schön. Nur wieder reingelaufen, es kann doch mal die Wahrien sein Ja taugt Das Bellen müssen sich da nicht rausfinden wie man die alle einsetzt Hätte ich einfach nicht die Dach-unnen-Bewegung gemacht, hätte ich es wahrscheinlich überlebt, oder? Wahrscheinlich. Was? Ich? Ja. Warum? Weil. Ich habe angegriffen gehabt. Ist mir egal. Komm her. I'll make your way. Nein! Verdammt! Knapp war's! Ich glaube das am Rhein wird ein Schweres mein Lieblingscharakter. Es geht dann doch nichts über ein schönes Katan. Waffentechnisch mach ich jetzt. Nein! Shit! Ich habe trotzdem nichts gebracht. Trotzdem nichts gebracht. Nein! We, 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 we. Wir werden dich nicht hier dann liegen. Huh. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, ich habe noch was? Ja, der Sache. Hat was von Anime-Fight. Irgendwie schon. Wo bin ich denn? Da, tot. Warum ist er nicht gelaufen? Nein! Hm. Ach, du bist da oder? Ja, ich dachte auch, ich will das mal in der Mitte. Niii! Das kann aber ja sein! Yes! Yes! Nein! Ah, verdammte. Ah, verdammte. Ja, verdammte. Hm. Du mein, dein Lacker. Nein, die ganze Hilfe noch. Scheiße. Da ist doch eine Leiteres reingelaufen. Fuck. Hey. Nein, die kann das sein. Was, Hachi? Oh nein, ich blute. Das kann immer nicht wahr sein. Hast du gemerkt, wo ich bin? Fuck yes. Die Kämpfe werden richtig gut. Fuck. Nein, ich blute. Nein! Hä? Hallo? Beweg dich, ich möchte gern Ninja. Man kann sich halt leider nicht ducken, das ist witzig. Nein! 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 Ich hab mich selber nicht gesehen! Ich soll hier kämpfen, weil ich mich selber nicht sehe! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Oh, Kacke! So. Pass auf, ich hatte jetzt den nicht auch tatsächlich noch gar nicht. Das heißt, ich würde den jetzt nochmal nehmen. Auf jeden Fall. So, und die Karte glaube ich habe noch gar nicht. So. Wahnsinn, ich glaube die Charaktere an sich unterscheiden sich eigentlich gar nicht, das ist wirklich nur die Optik, oder? Ich weiß es nicht. Au! Das ist doch knapp hier. Hehehehehe. Nein! Nein! Hast du bitte aufhören überall Treten hier hinzulegen? Nö. Bleib jetzt einfach hier oben. Mach das. Oder auch nicht. Und? Nein! Warum? Ich konnte nicht angreifen. Ich auch nicht. Nein! Yes! Na kacke! Oh ey, dann ist das hart. Always hardcore. Kacke! Nie! Ach komm schon. Volltreffer. Nein! Fick dich! Fick dich! Lass mich in Ruhe! Ja komm her! Hast du Angst? Nein! Aber ich! Azul! Nein! Ja, na ja! Rähä! Ah! Nein! Nein! Wie kann das überhaupt sein? Naaah! Was? Naaah! Naaah! Wo bin ich? Naaah, nicht gut. Naaah, nicht gut. Puh! Wo bist du? Naaah! Äh, was soll das jetzt? Ich hab mal aufgedrückt! Na! Toll! Einfach überall reingelaufen. Können wir das andere auch gleich mit, oder? Naaain! Naaain! Hehehe! Hehehe! Frechheit! Lecker! Hehehehe! 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 Hehehe! 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 Das ist jetzt spürt. So, wo bin ich? Hast du mich gesehen? Ja, aber könnte es jetzt mittlerweile überall sein. Deshalb, ähm... Verdammt! Boah, das kann ja wahr sein! Das sieht man mal ein bisschen falsch, ne? Schade. Schade. Große Schade. Das kann... Warum? Warum? Mein Schurken hat dich getroffen. Na toll. Da zieh dich. Haha, hab dich! Oh, leck mich. Warum? Yes! Kann nicht wahr sein. Next Ninja Tactics. Was? Das kann doch gar nicht sein. Haha. Scheiße. Überleb dich wieder! Das ist schon nicht schlecht. Verdammt! Ah! Ah! Das ist schon nicht schlecht. Verdammt! Ah! Ja! Da war das uncool. Kennen wir beide. Die Situation. Nein! Dammit! Ah! Ich hab uns beide gerade verwechselt. Wie kann das sein? Wo bin ich? Irgendwo? Das war schlecht gezielt. Nein! Äh! Ich hab das hier mit! Ich hab gedacht, ich sag ich war weiter rechts. Okay, nicht. Nein! Ja, das... Zing, zing, zing. Nein! 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 Ich hab's ja grad noch gesehen. Oh, ciao! Verdammt! Ich hatte gehofft. Nein! Nein! Jetzt! Nein, na gut. Warte! Nein! Ich hab dich auch gekillt! Oh! Letzte Runde? Ja! Letzte Runde! Okay, du musst deswegen nicht zum Hund werden. Was hast du im Hund? Ich konzentriere mich. Jeder hat seine eigenen Techniken. Nein! Nein! Warte! Warte! Warum? Das ist doch gar nicht möglich! Weil ich's kann, Lukas. Weil ich's kann. Nein! 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 Fuck mal! Wo bin ich? Ich weiß, wo du warst. Nein! 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 aber ich hab doch ich hab's gewusst das war so klar ok warum schuriken gibt's auch Handschuriken oder schlecht ich weiß ich hab aber noch das war jetzt scheiße wo bin ich? genau die Frage stell ich mir grad wo bin ich? ich könnte jede Ecke ich könnte dich schlagen völlig aus dem nichts könnte ich dich schlagen wenn du auf den Boden kommen würdest yo nein hallo wow wo bin ich? wo bin ich? ich weiß wo du bist shit ich hab doch gedröhnt das ist doch unfair oh so knapp hast du es gesehen ein bisschen ach nö was denn? hallo ich weiß nur noch wo du ungefähr bist mit dem nein nicht weit genug und natürlich nein 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 shit oh das geilste Match war immer noch das mit der Trophäe Wannabe Drive Warsi und jetzt sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns dann irgendwann wieder und der Lukas sagt Ninja